Das, was die können teilweise, das wird ja oft ein bisschen wie mit einer Start-up-Bewegung verglichen, wenn so junge Parteien sich gründen, ist etwas, was bei den Etablierten wirklich haarsträubend verkümmert erscheint. Das bringt so eine gewisse Start-up-Mentalität mit sich. Viele dieser neuen Parteien beherrschen es, exzellent die neuen Medien zu bedienen. Sie sind wirklich professionell aufgestellt, erreichen damit auf ganz anderen Wegen die Menschen sehr direkt und es wirkt alles so, auch manchmal diese Verschwörungstheorien und Echokammern, die sich daraus bilden, als hätte das Tagesschau-Qualität, wobei man manchmal in der Qualität der Tagesschau auch seine Zweifel haben kann, aber sie treten in einer Form auf, wie es die älteren Parteien einfach noch nicht begriffen haben. Gysi gegen Guttenberg